Ja babe, 2nd Platz, sind Sie glücklich mit ihm? Ja, ich bin sehr glücklich. Martin war etwas weit hinter dir. Kannst du es in der nächsten Runde ändern? Ich hoffe so. Auf der Rückseite, wenn du umgekehrt, war es nur Max Fleischmann. Er war etwas hinter dir. Da ist Martin in der Front, du in 2nd Platz und dann ist Maxi. Ja, Sie drei Leute sind die einzige, die mit dieser Geschwindigkeit behalten können. Wie lange hast du für diese Runde vorbereitet? Ich weiß nicht. Kein Problem. Wie magst du den Track? Ja, den Track ist gut. Okay, vielen Dank und wünsche dir die Beste. Danke.